Was hat denn unser Studio-Pferd Rosi da überwiert? Das war das Body-Paint. Du meinst, der Pferd wurde von einem Body-Paint überrascht in der Schweiz? Lieber Lars, ich nehme mal an Lias und die vier Minuten schlafen, kriegen das jetzt gerade nicht mit, oder? Lias ist noch nicht ausgestattet, aber da ist die Familie hier steht gestern, lieber Lars. Hören die jetzt auch gerade zu, ob der Papa das jetzt hier richtig macht oder falsch? Lieber Lars, da kann ich dir jetzt sagen, ihr liegt total richtig! Es geht zu dem Wasser! Einmal komplette Familie einpacken, ab nach Villingen-Schwenningen und dann genießt ihr natürlich auch noch den Hotel-Hübersachung. Also ihr müsst euch nach dem Konzept überhaupt keinen Stress machen, könnt gerne entspannt ins Bett fallen nochmal den Abendmix passieren lassen und dann wird es morgen entspannt wieder nach der Steppenbahn. So haben wir uns gerade gedacht. Alles hat ja schon mal wunderbar funktioniert und ihr müsst überhaupt nicht traurig sein. Denn das nächste Schwankteil, das steht schon in den Startlöchern. Der nächste Halt heißt nämlich für euch Hamburg. Und zwar geht es dann zum letzten Konzert von auf den Karte mal der Karte mal der Karte nach vorne. Und ja, dieser Fälle würde euch hier schon darauf achten, dass das jetzt hier schon mal kurz gemacht war. Und dann sehen wir hier bei der Sprache, denn wir können das jetzt dort nicht immer gut und dann sehen wir uns hier bei der Sprache, denn dann sehen wir uns. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.